Siegfried Steffen, 30 Jahre und 30 Mal das Sportanzeige gemacht. Herzlichen Glückwunsch, ich hoffe Sie kommen weiter. Ja natürlich, wir können uns auch weiter. Herzlichen Glückwunsch, alles Gute weiter, ich wünsche Ihnen auch. Dankeschön. Weiß, das ist doch noch etwas zu tun. Ja, ist ja schön. Herzlichen Glückwunsch. Danke. 35 Mal Erwin Karten. Und bei Erwin ist es ja nicht nur so, dass er das Sportabzeichen macht, er ist ja auch noch immer einer Prüfer. Erwin, herzlichen Dank und herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Dann bleib weiter so glücklich, wie du bist. Ja, komm. Alles Gute. Dankeschön. So. 35 Jahre, Monika de Vöhr. Herzlichen Glückwunsch. Und weiter. Ja, ich brauche mich natürlich. Ja, Thomas, herzlichen Glückwunsch. Ja, Monika. Glückwunsch, wir haben uns keine Überraschung. 40 Mal Ursula Blöbos. Herzlichen Glückwunsch. Ja, herzlichen Glückwunsch von der Leistung. Ja. Und 40 Mal Renate Zild. Auch Renate war jahrelangst Kultferin, hat leider aufgehört in ihrem jugendlichen Alter. Renate hat noch mehr richtig. Danke. Bitteschön. Danke. Alles Gute mal sein. Danke. Herzlichen Glückwunsch. Danke. 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 Wir haben es, um das einmal zu forcieren, das wird im Stadion jetzt ausgehängt. Das ist ein ganz neues Werbeplakat, was offiziell die Stadt Herford jetzt im Stadion aushängt. Das gilt auch für amtierende Bürgermeister, also mal nachzudenken, bis auf Ruderwein. Das wird unsere neue Aufforderung sein, das Sportabzeichen zu forcieren, darüber nachzudenken und an unseren Sportabzeichen-Tagen, die wir dann wieder auf dem Stadion durchführen werden, darauf aufmerksam zu machen, dass wir ein Angebot haben, auf Sport zu treiben. Das ist ganz wichtig. Das ist unser neues Werbeplakat ab heute und es wird ab dem Wochenende im Stadion. Vielen Dank.